Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Top 5 vom Spiel an Wien. Ich bin es euer Patrick, bei mir ist es euer Christoph und euer Matthias. Grüß Gott. Grüß Gott. Und heute machen wir die Karten des Send Grundstein. Von der... Von der... Von der... Von der... Von der... Von der... Du weißt nicht Grundstein, ne? Ja. 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 Deswegen habe ich ja gesagt, aber wir haben auch... Wir haben auch entschieden, wir nehmen die Jumpstart 25 Karten hinzu, weil es ja beides... Oh, da ist das Commander. ...kleine Sets sind sozusagen und natürlich wieder keine Re-Princess, eh klar. Und dann darf ich auch gleich anfangen mit dem Platz 5 und der Platz 5 ist sicher eine der Karten, die am teuersten ist und auch am meisten gehypt würde vor allem erfahren. Und zwar, es ist der blutdürstige Eroberer, der Bloodthirsty Conqueror, schaut so aus, wer die den nicht kennen. Ein 5-Mana-5-5 fliegen mit Death Touch wäre schon gut genug, aber dann hat er halt noch diese Klausel, dass wenn der Gegner Lebenspunkte verliert, du entsprechend viele dazubekommst. Und da gibt es ja einige Kombos, auch im Standard, wo man damit den Gegner dann instant killen kann. Oder in Limited. Ja, in Limited gibt es auch. In Limited gibt es auch, da gibt es eine Kammern, die killed mit dem, ja. Wirklich? Öfter gesehen beim Pre-Release. Das ist überhaupt, also dieses Black-White-Live-Gain-Life-Loss-Thema ist, glaube ich, einer der stärksten Archetypen. Ja, ja, also das gibt es ja, es hat sich ja das Black-White-Life-Loss-Thema schon gegeben mit den Beds. Und jetzt kannst du natürlich mit dem, oder machst du einfach Mono-Black und spielst halt das Enduring, das schwarze Enduring. Und wenn du anfängst mit, das habe ich hier geschrieben, wenn du mit Turn 3 anfängst, den Raum, wo du Karten ziehst und den Leben verlierst, Turn 4 ist ein Enduring, Turn 5 den, hast du gewonnen. Das ist halt irgendwas. Ja, kein Combo. Kein Combo. Mein Platz 5 ist nur nicht perfekt, weil es nicht der siebte Platz ist. Es ist nämlich Sire of Seven Deaths. 7-Mana-7-7 mit 7 Abilities. An dem ist alles einfach rund und gesund. Nur ausschauen tut er nicht so. Der war im Vorfeld auch sehr gehypt. Ich habe ehrlicherweise noch wenig Decks gesehen, die den spielen, außer mein Highlander-Deck. Darum finde ich spannend, dass der vom Preis auch immer noch so teuer ist und immer noch so nachgefragt. Ah, doch, in Legacy und Vintage probieren sie ihn jetzt. Wirklich? Ja, ja. In Modern haben sie ihn probiert, aber das Conclusive, was ich so gelesen habe, in Vamp-Decks ist er nicht gut, aber in aggressiven Eldar-Decks ist er gut als Top-End. Und weil er dann halt das P7-Live so relevant ist. Okay. Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Aber nichtsdestotrotz eine sehr coole Karte und vor allem halt auch, glaube ich, in Commander ganz witzig, wenn du den mal aufs Board klatschst. Da ist das Vigilance sehr gut. Mein Platz 5 ist eine sehr untypische Karte für mich. Es ist Bolt Wave, finde ich. Bitte was? Es ist einfach eine der besten Karten unseres Sets. Bitte was? Ja. Ein rotes Mana schießt, drei Damage auf alle Gegner. Ich habe den Christopher verloren, ladies and gentlemen. Nein, nein, nein. Es ist zum Mono-Rot-Brennen übergegangen. Ich glaube, du spinnst, aber es ist in keiner Welt, aber die Karte ist einfach vom Power-Level her richtig stark. Komm auf die rote Seite der Macht. Nein, nein, sicher nicht, aber kann man auch nichts dazu sagen mehr. Die Karte ist lästig as fuck, aber ist halt auch wirklich gut. Und ist halt gerade für Modern noch ein zusätzlicher 1-Mana-3-Damage. Ja. Finde ich sehr fein. Mein Platz 4 ist Chiora, der Rising Tide. Chiora, Welle der Gezeiten. Ja, ich habe sie in Limited schon gehabt. Da war sie ganz witzig. Es gibt schon Standard-Dacks, die sie spielen. Es gibt den Reanimate-Deck, das sie spielt in der Zwischenzeit, was ich auch sehr cool finde. Das muss ich noch probieren. Ja, es ist einfach, dieses Grenzwert erreichen ist relativ leicht möglich in verschiedenen Formaten. Sie haben es auch in Modern schon probiert, die Chiora, weil auch da ist natürlich, da kriegst du das Grenzwert noch leichter und dann ist der 8.8 auch ein relativ guter Beat überraschenderweise. Ja, ist einfach eine starke Karte natürlich, dass sie beim Angreifen gern mal das zeitliche segnet. Das ist da und passiert, aber ist auch nicht so tragisch, wenn dann ein 8.8er-Lieger bleibt, weil das war doch immer für 3-Männer sehr fair dann. Ja, kannst du auch nerven. Genau, das auch noch. Mein Platz 4 hatte ich auch schon auf meiner Liste beim Setspotlight, nämlich Sphinx of Forgotten Lore. Gefällt mir immer noch sehr gut. 4-Männer, 3-3, Flash-Flying. Ah, den habe ich fast vergessen. Wenn du da angreifst, dann machst du Snapcaster-Match. Den hat man vergessen schon. Ja. Und das, den finde ich einfach richtig cool. Ja. Wie gesagt, ich muss da noch irgendwas bauen mit Exo-Zügen und so. Da muss irgendwas gehen. So, off of the road sind du den, hast du lauter Exo-Züge gemillt, dann machst du ein Flashback, kriegt er heist, Angriff, Exo-Zug. So irgendwie. Da geht was, Christopher, da geht, glaube ich, was. Ich glaube, da geht was. Topt dich aus. Da geht irgendwas, ja. Also den finde ich einfach als Value-Maschine richtig geil. Mein Platz 4 ist Exemplar of Light. Da steht ganz viel oben. Da steht Live-Gehen oben, da steht Counter drauflegen, da steht Karten-Ziehen oben. Genau, vor allem Karten-Ziehen steht da oben, was ziemlich schlecht ist. Welcher ist das? Das ist der 4-Männer-3-Life-Fliegende-Engel. Wenn du Leben kriegst, legst du einen Plus-Eins-Plus-Eins-Counter drauf, wenn du zum ersten Mal einen Plus-Eins-Plus-Eins-Counter drauflegst. Ziehst du eine Karte? Ja. Finde ich eine sehr starke Karte. Eine sehr schöne Karte. Hat auch mehrere schöne Artworks. Ich glaube, ist für Modern nicht gut genug. Ich glaube, Standard und Pioneer durchaus spielbar. Ja. Überhaupt dadurch, dass es so viel Live-Gain derzeit gibt auch. Als Top-End in einem aggressiven Live-Gain-Deck mit Adjanis Pride-Mate und den ganzen, vielleicht auch im Schwarz-Weiß. Bama Soul-Sister sind Heiländer. Das habe ich mir schon so oft überlegt. Ich glaube, es gibt so viele Soul-Sisters. Ja, aber du musst halt so viele mittelgute Karten reinnehmen, damit du die Maße nimmst. Ja, das weiß man nicht halt. Man muss schauen. Vielleicht geht's schon. Mein Platz 3 war schon da. Das ist der Urheber der sieben Tote. Tode. Sire of Seven Death. Ja. Ich habe es im Set-Spot schon gesagt, dass ich die Karte mega geil finde. Ich finde die Karte noch immer sehr cool. Wird momentan viel probiert. Hat es noch nicht wirklich durchgesetzt. Aber ja, die macht einfach so viel und ist so fett und die schaut cool aus. Und ja, ist einfach eine geile Karte. Und der Matthias hat eh schon alles gesagt und passt schon. Passt schon. Passt schon. Mein Platz 3 ist Luna Inside. Im Set-Spot-Light noch ein bisschen gehated. Creept immer weiter hinauf in meiner Gunst. Wirklich? Ja. Er spielt aber keiner, oder? Ja, finde ich, ist eine sehr spannende Karte. Ja, finde ich, ist ein bisschen an der Welt dort noch. Das zieht schon mal gerne vier Karten. Und wenn es fünf zieht, ist es natürlich super sick. Ich habe immer gesagt, das Problem quasi unter Anführungszeichen der Karte ist, dass sie deine Länder nicht zählt. Null macht. Ja, damit man, also, im Schnitt zieht es so drei Karten, manchmal vier in meinen Decks. Und das finde ich doch ganz nett. Ich finde auch dieses Artwork, die Anspielung am Ponder und so, das gefällt mir immer sehr gut. Ja, mir gefällt das Artwork auch sehr schön. Mein Platz 3 ist der Durstige Vampir. Platz 4, die Conqueror. Ist einfach eine der besten Karten aus dem Set, ja. Ist für jedes Format irgendwo brauchbar. Kann man Standard und Pioneer sowieso. Für Modern ist er wahrscheinlich zu schwach. Müsst er da vier Mana kosten. Commanderspieler freuen sich an Haxen aus, dass sie noch so ein Komopotenzial haben. Von den Stats her sehr stark. Auch im Limited eine der besten Karten, die man aufmachen kann. Overall, glaube ich, vom Power Level so gut, dass sie einen Impact hat, aber nicht broken. Von daher optimal designt. Schaut so stark aus. Es ist der tolle Kreuzritter ein bisschen für mich. Kommt noch besser natürlich. Dementsprechend guter Mann. Mein Platz 2 ist einfach super. Einfach die Pose sagt schon alles. Der ist der Machercheck. Loot, quirliger Entdecker. Grüße gehen raus an die Stefan. Sie haben einfach keine Ahnung. Ich habe ihn auch in Limited schon gehabt. Auch da schon sehr cool. Entschuldige, dass ich unterbreche. Ich hatte letztens getraftet. Ich habe den als First Pick gehabt und habe dann alle Schieven-Dragons rausgerissen. Ich habe den mit drei Schieven-Dragons und das ist einfach brutal. Das war einfach nur, das Kanz liegt und boom, geht schon. End of Turn kommt. Boom, end of Turn kommt der nächste Schieven-Dragons. Also der ist halt, allein die Ability, entschuldige, dass ich da jetzt rante dazwischen, aber allein die Ability mit dem zusätzlichen Land ist zu gut für einen 1-4er. Ja, ich habe den mit Schwarz gehabt, die Unlimited, und habe in den 7-Mana-Dragons, wo ich mir eine Karte aus dem Deck raus suchen kann. Road-Scar-Dragons. War auch ziemlich edel. Der ist einfach geil. Der ist einfach super. Und allein, dass er 1-4 ist, ist halt schon super, weil er ein mega Road-Block ist. Und sogar wenn du halt, wenn du ihn legst, du einen 3-Hunter noch an Land nachlegen kannst, ist halt schon, hat er schon Value gemacht. Und wenn er dann stirbt, hat er den Removal auch noch gefressen. Diese Play-Pattern von du legst ihn, legst Land, und der Gegner ist, um Pressure ihn wegzumachen, weil nächste Runde kann Land, Land, Sechser drauf kommen, ist halt absurd. Richtig gut. Und wie du gesagt hast, der ist halt einfach ein Road-Block. Und dass du es halt auch end of Term machen kannst, ist, du bist halt nicht gezwungen, einen Fichtgleich zu committen. Beziehungsweise mein Gegner hat sich dann immer angreifen dauernd, weil ich könnte ja... Kannst du auch was rein? Kannst du auch was rein? Kannst du auch was rein? Und dann habe ich einen Surprise-Blocker, der einfach alles frisst. Das Katzel ist das Haustier vom Omnutt. Die sind best friends forever, weil du kannst Katzel into Omnutt und dann legst du noch ein zusätzliches Land. Bam, 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 das ist geil. Ja, okay. I like. Katzel, Omnutt. Katzel ist, Entschuldige, dass ich unterbrechen muss, Katzel ist die beste Überleitung, nämlich. Ja? Mein Platz 2 ist Katzel. Skyfget Cup. Okay. Ah, die ist eine gute Katze, ja? Ich finde den auch gut, den finde ich ganz echt. Das wäre auch eine gute Kurve, Katze into Loot, into Omnutt. Darum habe ich extra nachgefragt. Oh, das will ich in Highlander wieder bauen, das hat geil aus. Good Stuff-Decker. Darum habe ich nachgefragt, ob wir Jumps dort auch hineinnehmen. Bauter hat gemeint, ja, sind ja nicht so viele Karten drin. Da habe ich gesagt, perfekt, weil dann kommt Katzel. So, zweimal der 2-2-2-Trampel, denkt man sich, aha, Org, damit er nicht von 1-1 an gejumplockt wird. Aber bei Landfall legst du eine Plus-1-Plus-1-Marke auf eine Kreatur. Du musst nicht auf CD die Marke legen, du kannst auch Warners drauflegen. Aufs Katze. Zum Beispiel entweder auf Luthold, ja, oder Fock in Ballista. Und wenn das das zweite Mal ist, dass diese Ability driert, weil du zum Beispiel für Höhe Fetschland benutzt hast, dann machst du das nochmal und verdoppelst dann die Plus-1-Plus-1-Marken. Das heißt, wenn du den legst und dann machst du so Fetschland, legst eine Marke, Fetsch, legst noch eine Marke, verdoppelst, hast du 6-6-Trampel. Also, nein, die Marken. Achso. Achso. Achso, Insted, Entschuldige. Insted, nein, also 4-4, ja, das hast du ja schon sehr gesehen. Aber du kannst halt, also ich will den mit Walk in Ballista benutzen. Also, du willst Marken auf Walk in Ballista. Oder Hängerback Walk oder so irgendwas. Das wäre geil. Aber der ist halt einfach alleine für sich schon ein ziemlich horter. Er ist ein Threat, ja, ja. In Legacy spielst du jetzt und das heißt schon mal was, ja. Wenn du in Legacy gespielt wirst, als Kreatur, dann bist du schon relativ gut. Ja, offensichtlich. Den finde ich richtig cool. Das Artwork gefällt mir auch sehr gut bei dem. Das ist leider was. Der fixiert dich mit seinen Augen und dann kommt das Land und bam, wieder schauen. Den kannst du leider mit Loot nicht blocken, ja. Der ist dann 4-4. Mein Platz 2 ist 7-7. Hat 7 Mobilities. Ah ja. Und hat 7 im Namen. Kostet 7 Maler. Schön, dass wir ihn alle oben haben. Sire of the Heaven Death. Ich finde, der Name hätte auch 7 Silben haben sollen. Das wäre auch irgendwie cool gewesen, wenn wir das singen machen. The Sire of the Seven Death. Strokes. Jo. Ja. The Great Sire of the Seven Deaths. Ja, das wäre cool gewesen. Okay. Vielleicht ist sich das mit dem Text nicht ausgegangen oder so. Aki, bitte. Aber du musst dir da oben ein gepresst haben. Du musst dir ein Vorbild an Yu-Gi-Ohn nehmen, du musst alles einenzwängen. Nein, das stimmt. Das wäre cool gewesen. Oder du machst einfach nicht mehr Blue, sondern du machst Dragon. The Sire of the... Ja, und dann wissen sie bei der Übersetzung nicht, ist es Black oder Blue. Und dann heißt er falsch auf Deutsch. Klassiker. Ah, Yu-Gi-Ohn. Auf jeden Fall, die Karte ist sehr gut. Wir haben eh schon alles drüber gesagt. Ich will da keine 7 Minuten verschwenden, um drüber zu sprechen. Sehr gut. Dann gehen wir zu den Honorable Mentions. Mein erster Honorable Mention... Das Hasi. Genau, ist der Hinterlad-Heiligmacher. Wir haben vorhin schon über Soul Sisters gesprochen. Noch ein Soul-Hase, der derselbe noch 1-2 ist. Ich muss mich noch besorgen. Sehr gut ausschaut. Wirklich, wirklich korrekt. Das ist der Osterhase, der da in die Groschen hauen will. Genau. Der gerät dann ein Loch, wo dann das Ei reinsteckt. Das muss man richtig gut suchen. Weil der steckt da das irgendwo anders ein. So wie der unterwegs ist. Ja, also ich finde hier einfach eine gute Karte. Ist auch einfach eine relevante Karte, die halt für solche Soul Sisters super ist. Zwei Arsch ist toll und cool ausschaut auch noch. Ja, korrekt. Meine zweite Honorable Mention ist... Machen wir gleich das. Das blasphemische Edict, da gehen wir jetzt ein bisschen in die Richtung Commander, ist natürlich für alle Commander-Spieler, die halt nicht rot spielen, sondern schwarz spielen, auf jeden Fall ein super Move. Ich meine, man hat zwar, wie heißt's, Damnation, aber das Discard, also Sacrifice ist halt schon was anderes und geht halt auch Indestructible und solche Späße. Das ist halt schon richtig gut. Das darf man echt nicht unterschätzen. Auch im Limited hatte ich schon und auch dann ist es auch überraschenderweise ziemlich gut, wenn du halt den Raph hast und das weißt, dass er kommt. Meine nächste Honorable Mention, ah ja, wir bleiben in Commander Town, Banner der Verbundenheit, wobei auch hier gibt es ein Standard-Deck, gibt es inzwischen Elfs in Standard, weil es gibt genug Elfen in Standard jetzt, dass man das spielen kann. Okay, cool. Weil es gibt Lanova Elf, es gibt den Elf, der einen Elf mitbringt, wenn du Elfen hast, der hat ja zwei Mana. Du einen gibt's Elite. Genau, dann gibt's den, der drei Mana tut, der immer wenn er angreift, kriegt mein Leben. Elfisch Art-Struid gibt's. Ja, es gibt genug Elfen, es gibt, wo kannst du Elfen-Tribal momentan spielen und die spielen halt auch Banner der Verbundenheit, weil dann ist es auf einmal aus. Schicht im Schacht. Genau. Und du kommst natürlich früh hin, kannst es Turn 3, Turn 4, also ausspielen, ist richtig gut. Ja, natürlich auch für Commander offensichtlich eine neue Ergänzung. Abgesehen davon sind die Mäuse einfach lauernd. Genau. Und weil wir gerade bei Commander waren, habe ich auch eine Commander-Menschen, weil ich ein alter Gangster bin. Und zwar die Ninja Turtle. Taeko, geduldige Lawine, ist halt der Ninja Turtle. Seriously, Schildkröte-Ninjas als Kartentyp ist halt irgendwas. Abgesehen davon ist es eine richtig gute Karte, wenn du das Ninja-Tec spielen möchtest. Also wenn ich ein Ninja-Tec bauen würde, wäre das mein Commander. Scheiß auf Kaito, der ist halt viel cooler. Abgesehen davon, dass er unblockbar machen kann, das ist halt einfach wirklich gut. Ja, aber du brauchst halt die schwarzen Ninjas fürs Ninja Turtle. Der ist ja schwarz. Der hat ein blau-schwarz-Hybrid. Das ist nämlich das Gute. Der ist halt so gefixt, der ist blau-schwarz-Hybrid in seiner Ability. Damit kannst du alle Ninjas spielen. Ansonsten hätte ich dich verachtet. Hättest du mich echt gequist? Ja, ja, eh klar. Nein, aber du kannst einfach blau-schwarz spielen und hast einen Ninja Turtle als Commander. Was willst du mehr? Sehr cool. Meine Honorable Mention sind alles Uncommons. Wir fangen an mit Sun-Blessed Healer. Den finde ich richtig sick. 2-Mana-3-1-Lifelink. Und wenn du ihn kickst, kannst du noch einen Permanent mit Mana-Value 2 oder weniger aus deinem Friedhof in Spiel. Der ist stark. Der ist richtig stark. Kann leider nicht Wasteland zurückholen. Was soll man machen? Aber der ist richtig gut, genau. Dann gibt es noch Perforating Artist. Der kostet 3, seine 3-2. Hat leider nicht Haste. Haben wir schon im Set-Spotlight festgestellt. Aber Death-Touch und wenn er angreift, also Raid hat er, das heißt, er muss angegriffen haben, dann triggert er und der Gegner verliert ihr Leben oder muss ihn nicht permanent opfern. Das heißt, das ist ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera, weil wenn er blockt, Death-Touch, höhö, gibt ein Viech auf jeden Fall. Und dann Revenge of the Rats. Das hatte ich sehr lange auf der Liste oben. Ja, verstehe ich. Das finde ich richtig cool. Das Problem ist, dass sie getappt kommen. Das ist halt, weißt du, wenn sie beim Flashback getappt kommen, okay. Oder wenn irgendwer in der Klausel steht, beim ersten Mal kommen sie getappt, beim Flashback kommen sie nicht getappt oder sowas. Ja, so irgendwas, ja. Dann könnte man damit arbeiten. Aber so ist halt... Das ist leider eine Spur zu schlecht, deswegen auch nur in den normalen Menschen. Eine nette Hommage an Spider-Spawning, aber sie haben halt sich gedacht, das war vielleicht doch ein bisschen eine Brocken-Limited-Karte. Deswegen müssen wir was machen und sie kommen nur getappt. Dann habe ich, Entschuldige, Partik, die Unterbrechung. Möchtest du noch was sagen zu den Ratten? Ja, aber es ist egal, es ist nicht so wichtig. Was willst du noch sagen zu den Ratten? Ich wollte sagen, deswegen habe ich, weil sie getappt kommen, habe ich in Limited mit ihnen leider auch schon verloren, weil ich habe mir zwar acht Raten gemacht in einem Zug, zweimal vier, aber ich war halt getappt und er hat meine eine Kreatur weggeschossen, die dritte Rate hat sie abgeschossen, ich war halt tot, obwohl ich halt das doppelt so große Board hatte. Also ich glaube, dass diese Karte auch ein Trape ist teilweise, dass man die... Man wartet dann, ja, jetzt... Man will halt Welli rausschlagen, man sollt mindestens drei, vier Kreaturen haben, eigentlich fünf. Beim ersten Mal muss das mit zwei, drei Kreaturen schon machen. Ja. Wahrscheinlich, ja. Mir ist es genauso gegangen. Okay, ja. Es reicht aber, wenn du nur zwei machst, wenn du meine letzte Spezial-Honorable Mention machst, als bestes Artwork im Set, ich habe es schon im Set Spotlight auch angesprochen, es ist natürlich die fetten Eichhörnchen, ne? Ja. Preposterous Proportions, weil da reichen zwei Ratten, weil die kriegen bloß zehn, bloß zehn und Vigilance. Und dann, pam! Der war kein Trampel, leider. Ja, das stimmt. Das müsste Trampel haben. Ja. Aber dann wäre es halt das... Ich meine, jetzt in Leben wird dir das schon mühsam, wenn du gegen Overrun verlierst. Wenn du gegen das auch noch verlieren kannst, übergibst du dich nur noch. Ja. Aber das ist einfach eine witzige Karte. Ja. Mit die Eichhörnchen, die da die Stadt zerlegen. Darum Spezial-Mention. Meine Honorable Mentions. Es ist einmal das Katzl. Loot Exuberant Explorer. Finde ich sehr gut, wollte dich erwähnt haben. War mir auch klar, dass das bei euch irgendwo oben sein wird. Bei Matthias speziell. Hallo, hallo, ich hatte noch nicht. Achso, du hast noch nicht. Aber beim Patrick. Aber jeder hat es. Irgendwer hat es, jeder. Jetzt jeder, ja. Vielleicht auch so. Honorable Mention Nine Lives Familia. Finde ich sehr gut als Sacrifice Outlet. Das ist die Katze, die mir wiederkommt. Ja, das ist die Katze. Die kann so lästig sein. Bist du deppelt. Die ist nur 1-1. Sie blockt halt alles. Ja, genau. Sie ist ein langer Blocker, ja. Und dann, eine Karte, die mir sehr gut gefällt, auch aus Kaltheim. Archmage of Runes. Das ist der 5-Mana, 4-3er. Das ist der Blaue? Ja, das ist der Blaue, der alle deine Instants und Sorceries günstiger macht. Und immer wenn du deine Instants oder Sorceries castest, ziehst du eine Karte. Jawohl, jawohl. 3-6 ist er, ja. Ja, bitte? 5-Mana, 3-6, ja. Sehr coole Karte. Den finde ich richtig gut. Das ist einer der coolsten Typen. Und dann habe ich noch eine Commander-Menschen. Ich glaube, du musst jetzt das Jumpstart aufrufen. Jawohl, Jumpstart. Und zwar ist es Generous Pub. Arbeitet auch mit Plus-1-Plus-1-Countern. Ah, das ist der Katzenhund. Den finde ich richtig gut. Der ist so leibernd. Beste Artwork mit dem besten Flavortext. Der ist einfach cool und der ist lieb und der macht auch was. Also overall. Ja. Dadurch, dass Leute halt oft so ihre Pet-Stuff im Commander haben, ist das eine sehr schöne Commander-Karte. Definitiv. So, Platz 1. Wir fangen, wir, 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 also ich fahre auf, wie der Christoph angefangen hat. Blitzwurge, Bolt Wave. Offensichtlich die beste Karte aus dem Set. Es ist leider wirklich eine. Es ist leider so. Also wenn es nicht die beste ist, dann wird es die Karte sein, die am längsten gespielt werden wird in den meisten Formaten. Es wird in Legacy gespielt, es wird in Modern gespielt, es wird in Standard gespielt. Es wird sicher auch in Pioneer gespielt. Es wird in jedem Effing-Format gespielt. Wo man roten Brenn machen möchte, weil das macht sie einfach sehr gut. Das Artwork finde ich das sehr gut. Das Artwork ist gut, die Karte ist gut, period. Das ist einfach die relevant, und dann Quote und Quote relevanteste Karte im Set, weil sie einfach in den meisten Decks gespielt werden wird. Um dem entgegenzusteuern, muss ich die Karte, die zweimal erwähnt wurde, auskontern mit der Karte, die jetzt dreimal erwähnt wurde und deswegen die beste Karte im Set. Das ist natürlich Loot, Exuberant, Explorer, 3 Mana, 1, 4, extra Länder legen, Sachen ins Spiel schummeln. Genau meine Karte, optimal. Ich habe es im Sage-Spotlight schon gesagt, die ist einfach wie für mich gemacht. Also da steht nur Text oben, den ich Leiband finde. Richtig toll, richtig gute Karte. Spielst du die mehr? Ist sicher auch für Commander richtig cool. Das Kanzl. Das Kanzl. Ein Biest ist das bitte. Ein Biest, vor allem ein Adeliger. Ja, ein adeliges Biest. Den kannst du nicht ernst nehmen, das ist der Katzl für mich. Hallo, schau, wenn du dich anschaut. Der kann seine Habra holen. Ja, genau, der bezahlt halt. Der ist halt reich und der bezahlt die Schläger. Der holt den dann raus, setzt den Kopf gelassen. Komm, ich habe sechs Mana für euch, wer will. Da kommt doch schon der Skibandrache end of turn und gibt dem Gegner, weil es gut bezahlt wird. Aber das Katzl kannst du trotzdem allein nicht ernst nehmen. Richtig cool. Mein Platz 1. Lustig, dass ihr das gar nicht erwähnt habt. Bin sehr gespannt, ich weiß auch nicht, was diese Karte ist. Race the Pass. Oh ja, das weißt du sicher. Vier Mana für alle Kreaturen mit zwei Mana oder zwei kommen zurück ins Spiel. Ah, das weißt du ja. Oha, das ist schon eine gute Karte. Ich hatte es auf der Shortlist, ja. Bist du deppert, ist die Karte stark. Habe ich selber probiert in Legacy Death in Texas. Wirklich? Okay. Bist du deppert, wenn du das Toxic Deluge on the Play in der nächsten Runde wieder auskontest einfach und dein ganzes Boardretour holst. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht wieder ein Humans-Bild baue mit der Karte. Weil du einfach mit Champion of the Parish und Talies Lieutenant ein Riesenboard, theoretisch du kannst overextenden in erster Instanz, verlierst das Board und baust das Board aber instant wieder auf mit dem, weil die alle gleichzeitig kommen und sich alle gegenseitig sehen. Du bist da, du bist da, du bist da. Bist du das Ding, was allen Eile gibt oder so auch noch, damit es geht. Enger im Grave hat. Es geht. Ja, der wird nicht return. Es geht witzigerweise im Standard auch mit den Coming-Cutzen-Tribal. Das ist auch ziemlich krass. Also ich finde, das ist eine der Karten mit dem höchsten Potenzial. Finde ich so gut. Ich finde es arg. Auch für Soul Sisters in Highland. Ich habe es auch auf der Shortlist gehabt und ich habe es arg gefunden, weil ich fährt das auch im Setzport. Das hat so viel Kombo-Potenzial, dass du halt damit Leute einfach in dem Turn, wo du das machst, killst, aber ich habe bis jetzt noch keinen Deck damit gesehen. Ja, wir haben gesagt, es war gut, dass Amalia gebannt ist. Genau, in Amalia wäre es halt ein Pionier deppert gewesen. Ja, wäre es halt deppert gewesen, genau. Aber es ist halt, in Modern kannst du halt schon Sachen aufführen. Ja, natürlich, ja. Du könntest Amalia in Modern spielen. Du machst An Burial Rides into Das halt, ne? Nein, nicht An Burial Rides. Buried Alive. Ja, Buried Alive. Buried Alive into Das. Ja, und du gehst dir drei Kombo-Business ins Gräf, holst das und gewinnst. Ja, das ist halt sick. Es geht halt leider nicht mit Blood Artist, Red Cap und sowas, weil Red Cap halt vier Mal hat. Aber es geht halt mit Amalia. Ja, ich weiß. Also, ist schon ganz lustig eigentlich. Schon ein guter Kombo eigentlich, ja. Du müsstest halt vier oder fünf herweg spielen, damit es Counter-Backup passt. Mit Force of Negation. Muss man halt dazu sagen. Ist halt, ich glaube, von der Mana-Base wieder für Modern so schwierig, dass es... Ja, vielleicht ist das schon hart-greed. Ja, du spielst Black für Discard oder so halt, ja, statt den Conters. Ja. Weil, ja, Black-Business-Firmal, ja. Ja. Geht auch. Ja. Da bauen wir was, Christopher. Da passt. Ja, grundsätzlich Foundation ist ein cooles Set. Also, ich habe auch noch mehrere Karten auf der Shortlist gehabt. Es gibt einige geile Karten. Ich glaube, das wird noch... Das fünf Jahre im Format ist, wird halt... Aber es wird nur drei Jahre im Format bleiben, dann erinnern sich das wieder. Das ist eine lange Zeit, glaube ich. Foundation ist zwei. Das bleibt keine fünf Jahre. Also, ich wette, wenn wir wetten wollen, können wir mal ein Essen wetten, weil darum nichts geht. Ich wette, dass es nicht fünf Jahre im Format ist. Wer wettet? Wettest du? Das ist ein 29es im Format. A Gentleman's Agreement. Okay. Ich freue mich drauf. Fast. Ich sage es immer, ich sage, ja, das ist leider... Wir müssen zu viel rauspennen. Ah, tut mir leid. Aber stattdessen haben wir hier ein neues Produkt für euch. Commander. Commander Standard. Only legendary stuff in Standard. Gut. Wir danken euch fürs Zuschauen. Ihr könnt euch gerne Kommentare unter mir hinterlassen. Vor allem eure Top 5 von Foundations, würde das interessieren. Ansonsten könnt ihr euch auf den sozialen Medien erreichen oder im Spiel am Bienern treffen. Wir danken fürs Zuschauen, wünschen auch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und Gottes Segen. Auf alle deinen Wegen. Mein Gott, wie schön. So, Patrick, das reicht ja eh so als Liste.